Musik Möchten Sie das Klima schützen und Ihren Geldbeutel schonen? Dann achten Sie beim Einkauf auf die Kriterien, die das Öko-Institut entwickelt hat. Geräte, die diese Kriterien erfüllen, sind energieeffizient und umweltfreundlich. Und die besten davon tragen den blauen Engel. Klimaschutz fängt schon im Badezimmer an. Denn in heißem Wasser steckt eine Menge Heizenergie. Sparen Sie am Warmwasser, reduzieren Sie also auch gleichzeitig eine große Menge an klimaschädlichen Treibhausgasemissionen. Am einfachsten geht das mit einer wassersparenden Duschbrause. Mit der Wassersparbrause benötigen Sie beim Duschen maximal 9 Liter Wasser pro Minute und damit rund 40% weniger als bei herkömmlichen Duschbrausen. Damit können Sie in einem Zwei-Personen-Haushalt zwischen 150 und 350 kg CO2 einsparen. Und Sie selbst sparen dabei Geld. Denn mit nur 25 Euro für den Neukauf einer Duschbrause können Sie pro Jahr leicht 100 bis 200 Euro an Energie- und Wasserkosten einsparen. Der Duschgenuss bleibt übrigens komplett erhalten. Denn der Brausenkopf saugt zusätzliche Luft an, die den Wasserstrahl auf hohem Druck hält. Nachdem Sie sich mit einer energiesparenden Duschbrause die Haare gewaschen haben, können Sie auch beim anschließenden Föhnen Energie einsparen. Ein energieeffizienter Föhn produziert 30% weniger Treibhausgase als ein konventioneller Haartrockner und spart jährlich 5 Euro an Stromkosten. Ob Ihr Haar schnell trocknet, hängt übrigens nicht nur von der Heizleistung, sondern auch vom Gebläse und der richtigen Luftströmung des Föhns ab. Um die Trocknungseffizienz zu messen, hat das Öko-Institut deshalb eine Energieaufwandskennzahl entwickelt. Effiziente Föhne haben eine Energieaufwandskennzahl von maximal 5,2 Wattstunden pro Gramm verdampftem Wasser und Minute. Ihre Gesundheit zuliebe sollten Sie außerdem auf die Lärmemissionen des Föhns achten. Ein gutes Gerät sollte bei der maximalen Gebläsestufe nicht lauter als 80 Dezibel sein. Sowohl für die Wassersparbrause als auch für den Föhn gibt es das Umweltzeichen der blaue Engel. Geräte mit diesem Zeichen garantieren, dass all die eben aufgezählten Punkte erfüllt sind. Viel Spaß beim klimafreundlichen Einkauf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017